Was bietet die Pseudo-Oppositionspartei der Union? Mike Möhring gegen die AfD. Kann die CDU mit der Linken koalieren? So jedenfalls der Redakteur. Die Linke ist unzweifelhaft eine demokratische Partei mit einigen wenigen problematischen Mitgliedern in ihren Reihen. So Marco Wanderwitz, ehemaliger Ostbeauftragter der Bundesregierung. Das ist CDU at its best or worst.